Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Gaming PC, ich sag mal Aufklärvideo. Es waren ja viele Spekulationen, besonders unter meinen Gaming PC Videos jetzt, wegen GTA 5, auch wegen dem GTA 5 Video an sich. Welchen Gaming PC brauche ich, wenn das Spiel im März released wird? Ja ganz einfach, ich kann euch da ein paar Optionen nennen, wie man GTA 5 auf guten Einstellungen spielen kann. Und zwar, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, entweder man nimmt zum Beispiel so einen wie mein 800 Euro Gaming PC, mein 600 Euro Gaming PC, mit meinem 600 Euro Gaming PC kann man den immer noch, also mit dem derzeitigen für den Januar, aber da die Spiele so und so erst im März rauskommt, wird dann natürlich auch neue Gaming PC Videos kommen. Wenn man jetzt zum Beispiel meinen derzeitigen 600 Euro Gaming PC Video, alle natürlich in der Beschreibung verlinkt, oder mein 800 Euro Gaming PC Video vergleicht, mit diesen kann man GTA schon auf sehr hohen Details spielen, beispielsweise mein 800 Euro Gaming PC, man hat hier gegeben, einen Xeon plus eine R9 280X, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder komplett falsch fliege, ja, ich kann ja nochmal kurz nachschauen, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das da verwendet habe, nein, ich habe sogar eine GTX 970 in meinem 800er verwendet, und als Prozessor einen Xeon E3, also noch besser, bedeutet, man hat mit dem 800 Euro Gaming PC schon die Möglichkeit, GTA 5 auf Ultra zu spielen, und mit Mods wahrscheinlich auch noch auf sehr hohen Details, man muss halt die Antializing vielleicht auch 4x oder 8x machen und nicht auf 16x gleich, aber dann sieht das Spiel super aus, man hat wirklich keine Probleme beim Spielen, genauso mit meinem 1000 Euro Gaming PC Video, weniger Unterschied, es ist fast genau dasselbe, so wie beim 600 Euro Gaming PC Video, beim 600er habe ich ja die R9 280 verwendet, soweit ich weiß, mit dem kann man auch noch GTA 5 auf hohen Details spielen, oder sehr hoch, also ihr habt immer so eure Diskussion abgeliefert, und da gab es auch viele Streitigkeiten, deswegen möchte ich das jetzt ganz kurz beseitigen, man hat wirklich die Möglichkeit mit dem 800 Euro Gaming PC Video, was ungefähr so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist, wie ich finde, kann man GTA 5 wirklich auch schon auf sehr sehr hohen Details, oder sogar auf Ultra spielen, ja, also das ist wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zur Zeit, was ich dargestellt habe, finde ich persönlich ganz gut, wir haben, wie jetzt auch schon hier verlinkt oben rechts, die Möglichkeit mit wenig Geld, 800 Euro, beziehungsweise halt wenig Geld für einen Gaming PC, schon viel zu erreichen, hohe Systemleistung und hohe Systemanforderungen somit zu geben, ja, wobei ich sagen muss, dass GTA 5 laut den Systemanforderungen auch nicht unbedingt das anforderlichste Spiel überhaupt ist, da ist ARMA 3 zum Beispiel schlimmer, im Multiplayer-Modus, also so viel dazu, wirklich, ich kann euch sagen, GTA 5 ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, was am meisten Leistung ziehen wird, natürlich mit Mods auch mehr, aber mit dem 800 Euro Gaming PC seid ihr da wirklich super bedient, und ihr habt wahnsinnig gute Möglichkeiten, also bitte lasst mir die Geomitare weg, ob man mit einer 980er GTA 5 Spiel kann, man kann es Leute, genauso wie mit einer 970er, einer R9 92X sowieso, einer R9 92 auch, einer R9 280X auch, selbstverständlich, ja, aber ich möchte nur sagen, dass der 800 Euro Gaming PC wirklich super ist für GTA 5 und für alle weiteren Spiele, die kommen werden. Dementsprechend war es das schon wieder, nur kurz als Aufklärungsvideo, eben weil ich diese Kommentare nicht einzeln immer wieder abklappen will, sondern euch das hiermit mit dem Video allen sagen, damit es auch alle wissen. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal Leute, macht's gut, ciao!